...und dass Sie uns das Zimmer so schön eingerichtet haben, dass es eine Freude ist. Und ich werde euch zuerst eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlesen, eine Geschichte, die ein bisschen zum Schmunzeln ist, aber uns doch etwas zu denken geben kann. Es braucht allerdings zwei, es wird überhaupt nichts von Wissen. Nichts! Nein, habe ich gesagt, du kannst gehen. Der Dom ist für die Allgemeinheit geschlossen. Und er geleitete den Armen mit einem 500-Lirischein hinaus. Aber als der Unglückliche aus der Kirche hinausging, verschwand im gleichen Augenblick auch Gott.